So gäng ich mich auf! Schalker! Ciao, ciao meine YouTube-Freunde, Schalker Freunde und Sportkameraden. Ich bin in Hannover bei der Pasteria von meiner Cousine, italienisches Essen angekommen. Jetzt tun wir erstmal was essen, bevor wir ins Stadion gehen. Schön, dann wünsche ich euch gleich viel Spaß noch mit meinem Vlog. Bis später! Zahlreiche Schalker sind schon da, zwei Stunden vorm Spiel. Da kommen unsere Schalker. Wir sind im richtigen Vlog schon. Das ist schon mal gut. Zwei Stunden vorm Spiel. Zwei Stunden vor dem Spiel. Ne, anderthalb. Einerthalb, ach, anderthalb Stunden vorm Spiel sind wir schon hier. Noch nichts los. Da sind die Fans von Schalke und unsere Fans sind überall. Schalke, 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 Schalke. Unser Freisel, da ist er. Und der alt Pferdmann. Alles. Unser Rally. Unser Rally. Da kommt unsere Mannschaft. Schalke. Schalke, 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 Schalke. Schalke, Schalke. Schalke, Schalke. Schalke, Schalke. Beste Fans. Schalke, Schalke, Schalke. Chalke, Schalke, Schalke, Schalke. Beste Fans. Schalke, 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 Schalke. Wie so, wie sehr. Das höre sind jetzt nicht so. Hamm Lee. Oh, nein! Oh, nein! Ja! 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja So was wohl verdient! Jetzt hat sie jetzt noch zu zweck! Jetzt hat sie jetzt noch zu zweck! ... ... La 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 la! Lieblingszitter Hey, 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 hey! Hey, hey, hey ... So we give you some ... Ennis Hehrer, you're Всё! Of course, you are Dolly Linger... Untertitelung des ZDF, 2020